hallo meine lieben freunde der gepflegten videospielkunst heute schauen wir uns mal was besonderes an der last federation gibt es auf steam es kommt jetzt auch ein neues pack raus es kommen sehr viele neuigkeiten das spiel gibt es schon ein bisschen länger die entwickler sind auf mich zugekommen und haben gesagt hey probier doch das spiel bitte mal aus und zeigt deinen abonnenten mal was das für ein spiel ist habe ich gesagt ja wieso eigentlich nicht ich starte spiel jetzt zum ersten mal also bitte nicht verzweifeln mit mir ja ich werde hier auch eine drange rum machen sondern ich werde einfach hier reingehen ja alles auf easy und dann schauen wir uns einfach einmal das gameplay an ich klicke jetzt mal die texte weg das muss euch nicht so wirklich interessieren ich bin auch nicht derjenige der hier also ganze bücher liest sondern mir geht es darum zu zeigen um was es bei dem spiel eigentlich geht und zwar vom spielprinzip her eine hochinteressante geschichte wer kennt sie nicht die alten arcade klassiker wie android oder wie sie alle geheißen haben paranoid oder was der geier wie die alle geheißen haben ich kann mich nicht mehr daran erinnern damals auf dem c64 da war ich noch klein ja da gab es eine menge arcade klassiker und jetzt ist jemand auf die idee gekommen hey man könnte doch das auch runden basierend machen ja und gleichzeitig ein strategie spiel draus machen ja das heißt also ich kann hier ein movement machen also ich kann hier von a nach b fliegen ja und gleichzeitig meine waffen auswählen also ich fliege quasi durch die gegend und versuche andere schiffe abzuschießen ja hochinteressante geschichte denn eigentlich ist es also ein arcade klassiker mit einer runden basierten steuerungssystem hochinteressant ja also man sieht also mein schiff dass ich hier steuern kann und ich habe ja auch unten waffen die ich auswählen kann die ich auch dann später auf upgraden kann etc und mein ziel ist es jetzt alle diese feinde hier zu vernichten ja da gibt es natürlich verschiedene taktiken man kann sich jetzt zum beispiel ein bisschen von der ferne damit beschäftigen was ich jetzt gerade hier tue um eben den typen das die volle breitseite zu geben und was sie aus aus der reichweite der anderen waffensysteme zu bleiben oder man kann sich einfach mit ins getümmel stürzen kommt natürlich auch immer darauf an was das eigene schiff so drauf hat ja interessant ist es dass man also sehr taktisch vorgehen kann also man muss einerseits den salven ausweichen der feinde ja und andererseits muss man also auch gucken dass man also selber nicht zerstört wird hier sieht man zum beispiel dann was ist was man hier alles tun kann also power management gibt es wer kennt es nicht wer x-wing und tie fighter noch kennt schild schild verwaltung also power upgrades etc dann waffensysteme und schilde und energieversorgung werden also getrennt voneinander gesteuert das heißt ich kann also das verteilen und mehr energie zum beispiel auf die waffen legen hier noch ein paar kleine taktische angelegenheiten hier sieht man die energiebalken die man verschieben kann das heißt ich kann wenn ich mehr energie auf die antrieb lege einfach weiter fliegen in dieser zeit das heißt also hier kann ich jetzt zum beispiel sagen hey was habe ich hier eigentlich okay waffensysteme schilde ja und antriebssystem ich habe jetzt einfach mal mehr energie die waffen was natürlich dazu führt dass also meine anderen systeme weniger waffen weniger energie haben aber das macht nichts ich lege es jetzt einfach mal darauf an und versuche also möglichst viel schaden zu machen so der erste ist also schon down und den anderen den holen wir uns jetzt auch noch und zwar mit voller waffenstärke einfach truff auf den kameraden das interessant ist ja dass die waffen da die waffensysteme verschiedene reichweiten haben kann man also sehr taktisch vorgehen das heißt also wenn ich jetzt zum beispiel ein waffensystem auswähle das also eine höhere reichweite hat das kann ich also hier auswählen hier sieht man also die reichweite der waffen das ist dieser blaue kreis den man hier sieht ja das heißt ich kann also auch sagen entweder kurz reichweiten kanonen zum beispiel energie waffe oder zum beispiel auch ein anderes geschützt wird zum beispiel was haben wir jetzt hier energy blaster ja wenn ich das auswählen dann sieht man dann schießt das ding also mit dem energy blaster der dann auch relativ viel schaden macht aber natürlich ganz andere schussfrequenz hat und natürlich bei bestimmten dingen ganz anders wirksam ist kann aber auch sagen naja also ich hätte jetzt gern wieder meinen standard schuss den ich gerade gehabt habt der hat eine höhere feuerrate und passt einfach besser zu mir so das war jetzt erstmal die einführung zu dem thema ich kann also end combat machen das heißt ich habe jetzt mein erstes mutterschiff ja und dann geht es hier über sweetmuffership don't worry about love right now you need to worry about gaining credit to spend and you also need to accommodate godly amount of influence with a few races sei es jetzt geht es in den diplomatiestatus über über sei es hat sehr viel mit diplomatie zu tun das heißt ich kann also meine beziehungen zu anderen rassen verbessern und dann geht es in die echtzeitstrategie also man kann also dann flotten aufbauen man kann ganze ganze planeten erobern und seinen einfluss erweitern das sieht man hier auf dieser karte dann hier gibt es also sehr viele dinge die man hier sehen kann ich sehe gerade das ist random generated anscheinend ich habe beim let's play gesehen und habe das anders ausgeschaut also ich denke mal das ist also random unten haben einen eine eine leiste wo also die neuigkeiten gezeigt werden erinnert dann etwa so an diese klassiker wie zum beispiel master of orion und so weiter und so fort genau hier setzt das spiel an aber eben mit einer teilweise runden und echtzeit basierten kampf simulation so und das war es jetzt erst mal ich will jetzt gar nicht mehr länger darauf eingehen den strategie teil die machen im zweiten teil das ist ein bisschen langwieriger ich muss mal gucken ob ich das alles in der let's play reinpacken oder ob ich mich auch irgendwo schon hin bewegt auf einen bestimmten punkt wo es dann einfach ein bisschen lustiger ist denn ein paar credits brauche ich weiß jetzt kann ich ja nichts machen also macht's gut bis zum nächsten mal schaut euch das spiel auf steam an ich packe euch die ganzen links und so weiter unten in die video beschreibung rein von der firma die das macht von steam und so weiter und so fort und wo es bekommt und wie gesagt heute am elften abends ist das special sale bei steam nach den nächsten tage ist das spiel im angebot und vor allem mit neuigkeiten es kommen also ein paar neue sachen raus sagt mir die entwickler mitgeteilt und das solltet ihr euch einfach mal angucken weil das spiel ist wirklich interessant und einfach mal anschauen so jetzt wünsche ich euch einen schönen abend und eine schöne nacht oder von mir aus auch einen guten tag wir sehen uns ciao